E-Sport gibt den weltweit immer Millionen Spektatoren für eine Tölle und sie dann ist das wohl der Fußball. Aber wir sitzen schon alle an dieser Stufe, an denen es vielleicht überträgt war von unserer Lieblings-Equipe gefreut oder waren über den Arbiter-Decision enttäuscht oder waren sogar Rosen, weil unser Lieblingsspieler den Goal nicht getroffen wurde. Aber ich denke, das soll Schluss sein, weil bis heute niemand fühlte, was unser Lieblingsspieler wirklich während einem Match um Terrain empfand. Bis heute. Er schaut nämlich den Alertshirt. Ein konnektiertes T-Shirt, den ich daheim erlebe, alle Sensationen zu verspielen, die Fußballspieler live während einem Match, den die gerade auf der Tölle guckt, auch verspielen. Davon gibt es ein konnektiertes T-Shirt vom australischen Tölesender Foxtel und zusammen erwischt mit der australischen Fußballliga. Das Ganze funktioniert via eine App, die sich dreht, ob sein Handy hochladen kann und die sowohl mit einem T-Shirt wie mit dem von unserem Lieblingsspieler konnektiert. Das ist ja das. Nur während der Recherchen an Tester und den verschiedenen australischen Spieler teilgenommen haben, kann ihn auch die Probleme mit Herz klappen und auch emotionelle Sensationen wie zum Beispiel die Topregung eines Spielers im Match spielen. Und auch den körperlichen Impact kriegt ihn an seinem Kanapé im Match, wie zum Beispiel, wenn der Spieler mit dem Faus an den Ball schlägt. Das war aber die schlechte Nachricht. Für den Moment gibt es in der Lärtschirt nicht mehr für die Spektatoren vom australischen Sender Foxtel. Und es gibt auch nicht mehr von den Spielern der australischen Fußballliga gedrohen. Also nach besserer Geduld, bis diese Erfindung vielleicht die Babys bei uns fängt. Wir sehen uns als Zuschauerinnen. Ihr wisst doch wo. Ich warte, wo etwas zu schauen geht. Tele, Computer, Tablet oder Smartphone. Bei mir abgab wird es präsentiert vom Kischenschaf. Wir wollen an mich. Wir wollen an sich. Wir wollen an sich. Läuft ein. KÖR Mon. KÖR. PÖR. Clever You on the Bonsam Crew